Hallo liebe Spielende, hier ist wieder GaryMetatron mit einem neuen Video zu The Elder Scrolls Online. Und wir sind in Vrotka, wir sind in der Quest Verzwickt im Steinbruch. Und als erstes müsst ihr mal hier rechts gegen diese Statue, gegen diesen Resonator schießen. Dann als zweites links. Um dieses Rätsel zu lösen, müsst ihr dann als drittes in der Mitte treffen. So und dann sind die oben wieder auf einer Linie. Das als erster Check. So dann ein viertes Mal rechts. Beim fünften Mal in der Mitte. Dann müsste das erste Ding leuchten. Also hier vorne bei uns. Dann das sechste Mal links. Und das siebte Mal wieder hier links. Ihr seht schon, das Ding leuchtet weiter. Und dann beim achten Mal, das hat jetzt nicht geklappt, beim achten Mal in der Mitte. So. Dann das neunte Mal wieder in der Mitte. Das zehnte Mal wieder in der Mitte. Und das siebte Mal rechts. Das zwölfte Mal wieder rechts. Und jetzt leuchtet das hintere links, seht ihr das? Das dreizehnte Mal wieder rechts. Im Moment leuchtet hinten das immer noch. So, das vierzehnte Mal in der Mitte. Das sechzehnte Mal auch wieder links. Das sechzehnte Mal auch wieder links. Das achtzehnte Mal auch wieder links. Das neunzehnte Mal auch wieder links. Das zwanzigste Mal wiederum links. Das einundzwanzigste Mal wieder links. So, und dann leuchtet da hinten das wieder. Und jetzt noch einmal, nämlich 22 Mal muss man das Ganze treffen. Und zwar jetzt die Mitte. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und das Ganze hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Ich mache noch ganz viele Videos in Wodka. Bis demnächst. Bye, bye. Ich hätte nie gedacht, dass der Kontrollmechanismus auf eine so kleine Fläche passt. Ich werde eine kleine Weile brauchen, bis ich dieses Gerät verstanden habe. Aber mit ihm kann ich auf jeden Fall die äußeren Verteidigungen herunterfahren und den Steinbruch wieder in einen verhältnismäßig sicheren Zustand versetzen. Oh ja, es ist wieder vollkommen sicher, den Steinbruch zu betreiben. Und bitte überbringt den Orks meine ehrlichsten und aufrichtigsten Entschuldigungen, was diese unglücklichen Umstände anbelangt. Ich, ich habe da etwas, was ich vorher noch versuchen möchte. Etwas, was die Orks für meine Unvorsichtigkeit entschädigen wird. Wenn es mir gelingt, einige wenige Einstellungen vorzunehmen, dann kann ich den Orks die Konstrukte anbieten. Ich bin mir sicher, sie würden hervorragende Arbeiter abgeben. Ich komme gleich nach und treffe euch oben. Ich bin mir sicher, sie würden hervorragende Arbeiter abgeben. Ich bin mir sicher, sie würden hervorragende Arbeiter abgeben. Ich bin mir sicher, sie würden hervorragende Arbeiter abgeben. Ich bin mir sicher, sie würden hervorragende Arbeiter abgeben. caffeine.